Machen Sie sich bereit für die Zukunft, denn dieser kleine 3-in-1-USB-DVBT-Stick bringt Ihnen das digitale Fernsehen ins Haus. Und noch einiges mehr. Der Stick holt Ihnen neben dem digitalen Überallfernsehen auch Ihr analoges Filmmaterial von der Videokamera oder dem VHS-Rekorder. Natürlich in bester Qualität. Das geht wirklich kinderleicht. Stecken Sie den Digitalisierer an den PC, verbinden Sie die Kabel mit Ihrem Videorekorder und schon können Sie die Daten auf die Festplatte übertragen. Die beiliegende Software hilft Ihnen beim Umwandeln und Aufpolieren Ihrer analogen Schätze. Und wenn Sie fertig sind, brennen Sie die neuen alten Filme einfach auf DVD. Über die Software wird übrigens auch das digitale Fernsehen DVB-T abgespielt. Hier zeichnen Sie Blockbuster auf, sehen Ihre Lieblingsserie zeitversetzt oder fiebern bei Fußballspielen live mit. Eine Fernbedienung zur komfortablen Steuerung zählt neben vielen weiteren Extras ebenfalls zum Paket. Aus analog wird digital und Sie haben den perfekten Alleskönner für das Fernsehen der Zukunft schon in der Hand. Also nicht zögern und zugreifen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017